Guten Tag, hallo, ganz besinnliche Weihnachten, heute ist der 26.12.2022 und wenn Sie das hören, ist das der Beweis dafür, dass das hier der beste Podcast der Welt ist, sonst würden Sie am 26. bei Ihrer Familie sein und wer jetzt sagt, hör mal Familie, hatte ich die letzten zwei Tage, ich brauche mal irgendwie wieder ein paar andere Gedanken, herzlich willkommen im Leben für einen Podcast, ich bin Olaf Kapinski und die heutige Episode wird vollständig mal was ganz anderes sein. Was ganz anderes bedeutet, es wird nicht über irgendwelche Leadership-Themen gehen, es wird auch nicht mal richtig um Sie gehen und wenn Sie jetzt schon sagen, hör mal, dann habe ich keine Lust drauf, volles Verständnis dafür, gehen Sie wieder zurück zur Familie, nehmen Sie sich noch einen Glühwein, machen Sie es nett und wer jetzt dran bleibt, dem erzähle ich ein paar Ideen zu dem letzten Jahr, also 2022 und vor allen Dingen, was wir in 2023 machen werden, machen wollen, machen geplant haben, angedacht haben. 2022 war für mich so das Jahr des Ernstmeinens. Sie wissen, dass es den Leben für einen Podcast seit mittlerweile sieben Jahren gibt, dass ich den angefangen habe als Nebenprojekt, um so ein bisschen meine Verzweiflung, meine überraschende Verzweiflung über das rauszuventilieren, was ich denn so selber an Führung, Management, Bevormundung, denken Sie sich einen Begriff aus, habe, abgekriegt habe und mir gedacht habe, ohne dass ich genau wusste, was es denn ist, aber ich war klar, das kann so nicht sein, das muss besser gehen, schlicht weil es so schlecht ist, wie es ist, das ist nicht natürlich und dann passierte ganz viel Zeug in den ganzen letzten Jahren und so der vorläufige aktuelle Höhepunkt war im Sommer diesen Jahres, Juni, Juli so die Ecke, als denn die Leben führen GmbH gegründet wurde, tata, ganz genau. Die Firma ist dazu da, um das Leben führen Projekt deutlich schneller, deutlich auf deutlich stabilere Beine zu stellen. Also mit stabileren Beinen meine ich, ich habe wirklich, wirklich Großes vor und als Freelancer kann man schon eine ganze Menge machen, aber dann irgendwie, also für mich klingt das immer seltsam, Leute einzustellen und dann hat man irgendwie so ein, so kein juristisches Vehikel, worein man die einstellt. Also ich weiß, man kann Personen, also Personen können Personen einstellen, das habe ich schon verstanden und ich habe auch verstanden, was da im Ernstfall für juristische Komplikationen dranhängen, deswegen war das für mich irgendwie so ein Zeichen von, jetzt ist die Idee erwachsen geworden, deswegen gibt es die Leben führen GmbH, Geschäftsführer bin ich und natürlich ist die, bleibt der Inhalt so wie er bisher auch war, es sind ganz viele Dinge reingenommen worden in die GmbH aus dem Freiberuf, paar Teile sind rausgeflogen und genau um das, oder in der, der, die Richtung, also was da jetzt genau passiert ist, darüber spreche ich jetzt mal und vor allen Dingen eben auch, was wir dann nächstes Jahr vorhaben. Sie haben, die Leadership Stars haben wahrscheinlich, nicht haben wahrscheinlich, die Leadership Stars haben alle den Head of Marketing, Steffen schon kennengelernt, der ist der erste Mitarbeiter und jetzt wird das für nächstes Jahr, also für 23, habe ich drei oder vier Vakanzen jetzt auf dem Zettel, das Ganze will jetzt endlich wachsen. So, wachsen bedeutet, ja, was bedeutet wachsen eigentlich? Achso, die Leben führen GmbH ist gerade dabei, ein neues Logo zu bekommen. Das Interims-Logo, mach mal ein Provisorium, das hält für immer. Das Interims-Logo mit den Balken, das Balkenwappen, das hat sich jetzt nur wirklich ernsthaft überlebt und das, da sind wir gerade, wenn ich das aufnehme, sind wir Ende November, da ist das ganze Ding in den letzten, hoffentlich in den letzten Designzügen, sodass sich das Ganze so ein bisschen anpassen wird. Das Podcast-Logo wird dem ein kleines bisschen folgen, das wird in Nuancen anders werden und die Webseite ist schon neu seit einer Woche oder seit zwei. Da ist der Fokus, das mag man dem Ganzen nachsehen, die bisherige Webseite, die sogenannte R4, also Release 4, war Priorisierung auf den Podcast. Da war mein Ziel, dass jemand, der auf die Webseite kommt, mit einem Klick die aktuelle Podcast-Episode hören kann. Und da haben wir dann bestimmt ein Jahr lang dran rumgezankt, uns gezankt, weil die Beobachtung, der ich nichts entgegensetzen kann, die war, dass Steffen sagte, pass auf, ich habe genügend Beweise, dass niemand auf diese Webseite kommt, der dich gar nicht kennt, also der den Podcast nicht kennt. Das heißt, die Leute kommen aus dem Podcast, um auf eine Webseite zu kommen, wo sie den Podcast angeboten bekommen, können wir nochmal über den Auftrag der Webseite reden. Dann habe ich mich monatelang geziert, weil ich so stolz auf die Webseite war und habe dann aber kapituliert und habe das eingesehen. Auf der Webseite wird jetzt, die wird natürlich, die ist in ständiger Bewegung, selbstverständlich. Das ist so das Portal, wo man sehen kann, wer ist die Leben für ein GmbH und vor allen Dingen, was ist das, was wir anbieten, was wir Produkte anbieten, wo wir bei helfen können. So, deswegen ist die Webseite neu, die Logos haben sich ein bisschen angepasst und so weiter. Das ist schon mal ganz, ganz, ganz nice. Was haben wir jetzt für nächstes Jahr vor? Wir haben einen ausgesprochen breit gefächerten Marketing-Fahrplan entwickelt. Marketing-Fahrplan klingt immer so nach Werbefernsehen, so nach Reklame, Bandenwerbung. De facto ist das ein Marketing-Fahrplan, den möchte ich für den Firmen, denen ich folge, auch gerne mal haben. Wir werden gerade so mit Wert und mit Mehrwert um uns werfen. Ich habe jetzt letztens, Sie wissen, ins Leadership Stars-Programm, da kommt man nachher noch drauf, kommt man nur über ein Interview rein. Ich habe jetzt eins, zwei, dreimal in Folge gehört. Hör mal, ich war im Webinar von dir, da war ja schon so viel drin. Was kommt denn jetzt noch, wenn ich dir Geld gebe? Ich so, ja, was ab. Wir machen Marketing als Content-Marketing im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, wir werden es uns nicht verkneifen können, auch bei LinkedIn mal ein bisschen Geld auf die Werbung zu tun. So richtig, weil wir das ausprobieren wollen und weil halt immer noch ganz viele Leute sagen, das ist total wichtig, nee, echt jetzt. Ich selber bin ein großer Fan von Werbung und ich selber sehe auch keine Werbung. Deswegen ist das noch so ein größerer Disput. Den werden wir jetzt mal in der wirklichen Welt ausforkeln, ob LinkedIn-Werbung wirklich was bringt oder nicht. Was für mich so eher die Idee von Marketing ist, ist, je mehr ich Ihnen anbieten kann, je mehr ich Ihnen bei Kram helfe, je mehr ich Ihnen den Kopf durcheinander bringe mit wirren neuen Gedanken, die Sie noch nie gedacht haben, desto eher bleibe ich bei Ihnen im Gedächtnis. Und wenn Sie dann irgendwann ein Problem haben, wo Sie sich vielleicht daran erinnern, der Kapinski-Typ hat zu der Sache mal was ganz Schlaues gesagt, dann sprechen wir miteinander und dann können wir schauen, ob wir den nächsten Schritt miteinander gehen. So ist für mich so die Herangehensweise an Marketing. Das ist, wie gesagt, ich bin da großer Fan von Content-Marketing. Besser als irgendwie Bandenwerbung und dann jeden mit Flyern bewerfen und dann hier noch ein Logo und da noch ein Logo und dann crawlt meine Anzeige hinter Ihnen her durchs Web, weil die Technologien das ja alles so toll erlauben. Der Marketing-Fahrplan wird beinhalten, wir werden deutlich mehr Podcast-Episoden in 23. Jetzt bin ich vorsichtig mit dem Wort. Das Wort hätte sein sollen machen, so habe ich es mir zumindest im Skript geschrieben, aber weil das echt anstrengend wird. Wir haben es vorgesehen. Wir werden deutlich viel mehr Interviews in den Podcast nehmen, also spannende Leute, die spannende Themen mit uns zu teilen haben. Dadurch wird sich die Frequenz des Podcasts deutlich erhöhen und mit ein bisschen Glück wird dann die 500. Episode im Januar 2024 dran sein. Haha! Und das wird ein richtiger Event. Die 400, die ist im Januar 2023 dran. Die habe ich nicht voneinander gekriegt. Das habe ich weder von der Zeit noch von der Energie irgendwie voneinander gekriegt, da irgendwas Geiles draus zu machen. Ich weiß immer noch nicht, was in der 400 dran kommen wird. Das Ding, also da habe ich eine Chance mal so richtig an mir vorbeifahren sehen, so Jack Sparrow-mäßig. Es wird eine Video-Initiative geben. Also wer schon mal im Sommer dabei war, wird mich auf TikTok gesehen haben. Das ist dann aus so ein bisschen unerfindlichen Gründen wieder eingeschlafen. Und für nächstes Jahr haben wir zwei, drei große, sagen wir mal, Idee-Blasen im Kopf, die war auf TikTok und dann halt auch ein bisschen auf, also die Dinge, die auf TikTok gut laufen, die werden dann den Weg wieder zurück nach LinkedIn und in den Podcast finden. Also wir werden einfach ein bisschen mit Video machen und warum ich da jetzt so rumeiere, ist, mir wird gesagt, das muss man so total bierernst machen und ich habe dann so oft dieses Bierernste immer so, so nicht so ganz so, also wir werden sehen, wie viele Videotracks es dann geben wird. Das wird, also das wird, glaube ich, aus meiner Sicht auch sehr, sehr, sehr erfolgreich werden. Nicht erfolgreich werden, das müssen Sie entscheiden. Ich glaube, es wird wertvoll werden, weil wir ganz viele Themenbereiche sich bei mir angesammelt haben, die wirklich in kurzer Zeit gerne mal wieder gehört werden können, die man mal so wegsnacken kann. Ich habe das so ein bisschen bei mir despektierlich Kalendersprüche genannt. Das sind so diese Einzeiler, Zweizeiler, diese drei Gedanken oder Dreisatzgedanken, die, wenn man sie dann hört, zumindest mal im Kopf ein bisschen was anrichten, die aber nicht eine ganze Podcast-Episode brauchen. So, deswegen wird es da Video geben. Das wird, glaube ich, ganz nice werden und der nächste, der, sagen wir mal, der größte Punkt oder die Königsdisziplin, die in der Marketing planen werden, die Webinare bleiben, weil die, boah, hör mal, ich habe da so viel Spaß dran und ich kriege da so viel gutes Feedback, da wäre ich ja bescheuert, wenn ich die nicht mehr machen würde. Webinare, aktuell geplant, weiterhin geplant, sonntags vormittags 10 bis 1 oder so. Ganz, ganz, ganz viel freier Content. Sie haben Zugriff direkt auf mich. Ich habe das, ich verstehe diese Webinare als Workshops, deswegen poke ich immer drum rum, dass bitte alle Kameras auf sind. Also Workshop heißt nicht, ich beriesel Sie da, sondern wir sind dabei und bringen Ihre Themen mit. Also zum Zeitpunkt, wenn ich das jetzt hier aufzeichne, wird das kommende Webinar sein, da geht es um Ihre Bewerbung. Und natürlich sind Sie dann eingeladen, Ihre Bewerbung mal vorzuzeigen, weil ich meine, hey, eine Bewerbung ist nichts Geheimes. Die schicken Sie ja hin zur Kunst, wenn Sie irgendwo arbeiten wollen. Das heißt, wir sprechen nicht nur esoterisch, theoretisch über irgendwelche ausgedachten Beispiele, sondern, wenn Sie Bock haben, das ist der Punkt, wo Sie tatsächlich live in der Farbe von mir zu Ihrer echten, lebend echten Bewerbung Ideen haben können. So, die Webinare werden weiter laufen. Das wird, glaube ich, ganz schön cool werden. Und damit sind wir jetzt so am Ende von dem, oder das sind so die drei Marketingideen, die wir nächstes Jahr anzetteln wollen. Äh, ja, genau. Und jetzt sind wir schon an dem Punkt, wo führt das Ganze dann hin? Natürlich, Leben führen GmbH, das können Sie sich vorstellen. Das Ganze ist keine, kein Free Endeavor mehr, nur weil der Kapinski irgendwie neben drei anderen Jobs noch ein bisschen Langeweile hat. Nein, 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 nein. Die Produkte, die Leben führen GmbH, ähm, um die sie sich 23 kümmern soll. Ich fange mal gleich so rum an. Boah, hat sich die Zahl eingedampft. Ich habe ja so viele großartige, glorreiche Ideen fertig gehabt. Also wirklich fertig gehabt. Das war alles total schlüssig und total in sich konsistent. Olafs Geist über Olafs Ideen. Das war total, das war so richtig. Und dann habe ich das meiner Mastermind präsentiert. Und die Gesichter wurden immer länger, boah, war ich enttäuscht. Ich habe wieder den Schwur abgeben müssen, in 23 keine neuen Produkte rauszubringen. Das habe ich für 22 schon gemacht. Und das Ergebnis war das Programm Leadership Stars 100 oder, wie es jetzt in der Produktion heißen wird, Your First 100 Days. Und es wird nächstes Jahr, wird es ein paar neue Dinge geben, aber ein paar ganz, 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 ganz wenige neue Dinge. So, also, Leben führen GmbH. Wo kann ich Ihnen bei helfen? Ich kann Ihnen dabei helfen, wenn Sie eine neue Führungsposition übernehmen. Das Programm heißt Your First 100 Days. Und die Idee dabei ist, ich begleite Sie 100 Tage lang. Und mit begleiten meine ich wirklich begleiten. Das ist nicht irgendwie wieder so ein schnöder Videokurs, der dann irgendwie 100 Tage lang jeden Tag ein 5-minütiges Video mit bekannten Content freischaltet. Nein, nein, nein. Sie bekommen die Inhalte, die Sie brauchen, um in Ihrer neuen Position richtig aufzuräumen. Da ist das Neuenrollenmodell bei. Da sind eine ganze Handvoll Standardführungswerkzeuge als Wiederholung oder als Neueinstieg dabei. Und da ist der Freitags-Review-Call bei. Videokonferenz oder Telefonkonferenz, das hängt so ein bisschen ab, wer gerade wo ist. Ich mag das bewusst, ich habe das bewusst als Telefonkonferenz ausgelegt, weil ich am Freitag dann gerne mal unterwegs bin, hier raus nach, in mein Donaudomizil. Oder ich bin schon hier und hier ist eine Internetverbindung. Manchmal tagesformabhängig. Deswegen per Telefon öfter mal. Aber eben, ich bin dabei. Das heißt, wir beide sprechen einmal die Woche miteinander. Das ist schon ganz schön cool für richtig, echt eine überschaubare Mark. Die Idee dabei ist, dass ich sie sechs Monate lang auf einem Fahrplan, an einem Fahrplan halte. Jetzt könnte man sagen, ja, Quatsch, brauche ich keinen für. Da wären Sie der Erste. Weil wir alle gut da drin sind, neues Zeug zu planen. Und in den nächsten Episoden wird es auch um sowas gehen. Wir sind gut da drin, neues Zeug zu planen. Und noch besser, dann den Fokus zu verlieren. Und dann kommt so diese Flut durch den Tag, die dann weg, die einen dann von den guten Vorsätzen wegrauscht. Und das ist mein Job, sie dran zu halten und an den Themen zu halten, zu vermeiden, dass sie sofort gleich im Tagesgeschäft das machen, was die anderen auch machen. In den ersten 100 Tagen haben sie so viele Möglichkeiten, die sie aus meiner Sicht dringend nutzen wollen und sollen. Genau dabei helfe ich ihnen bei dem Programm Your First 100 Days. So, das große Programm ist das Leadership Stars Program, natürlich. Das wird auch so bleiben. An dem Ding, das Ding wird dieses Jahr, also in 2023, noch mal deutlich geschüttelt und gepflegt und erweitert. Da werden ganz viele neue Komponenten dazukommen, die ich bisher irgendwie nur im Kopf hatte, wo ich aber mir erzählt habe, ich hätte keine Zeit, die mal richtig zu manifestieren. Da wird es eine ganze Handvoll neue Module geben. Da wird es, aber das ist für die Stars-Community. Wer da dran teilnehmen will, das geht im Januar wieder los. Auf lebens-führen.de finden Sie alles Weitere. Die Eintrittskarte da rein. Ist ein Interview mit mir, wo ich eine Handvoll Fragen frage. Die wollen richtig beantwortet sein. Also jetzt nicht im Sinne von mentale Testfragen, sondern ich will einfach wissen, wie sie so drauf sind und ob sie ins Programm passen. Die Gruppe ist so cool zusammen. Die sind so, das passt so wunderschön zusammen, auch wenn der, ich würde sagen, mittlerweile ein Drittel gar nicht aus der IT kommt. Aber die Leute, das sind alles Leute, die in der gleichen Richtung ticken, denen klar ist, wir sind in einer Angestellten-Tätigkeit, wir wollen aber trotzdem was reißen, wir wollen Bewegung erzeugen und wir wollen, dass wir Leistung schaffen oder Leistung machen mit unserem Team zusammen und es darf dabei auch noch Spaß machen. Geile Community. Und die Community, also deswegen das Interview, damit ich die Community so sauber halte, wie es möglich ist, da will ich keine Meckere drin haben, da will ich nur die richtigen Leute drin haben, die wirklich sagen, sie haben richtig Bock drauf. Also gerne kostenlosen Interviewtermin mit mir holen, verpflichtet sie zu gar nichts. Ich verkaufe ihnen das nicht, sondern wenn sie sagen, sie wollen daran teilnehmen, dann kaufen sie das Ganze von mir. Damit belassen wir den Teil mit dem Interview. Das hatten wir jetzt, glaube ich, schon tausendmal. So, und aus dem Leadership Stars Programm wird es ein Spin-Off geben. Und zwar haben wir jetzt in Budapest und in Hannover die Stars Meetings gehabt. Stars Meetings stellen sie sich so vor, wir fangen an einem Tag an, es geht über zwei Tage und den ersten Tag gibt es, wir treffen uns in einem Hotel und den ersten Tag gibt es dann Inspiration, Ideen, Anmerkungen, Anregungen, Themen von mir und am zweiten Tag gibt es dann am Vormittag noch mal Themen und am Nachmittag ein sogenanntes Barcamp. Wenn Sie jetzt gerade nicht wissen, was ein Barcamp ist, ist es halb so schlimm. Also zwei Tage, wir arbeiten zusammen an Themen. Das Hotel ist nett, wir haben es jetzt in Budapest gehabt, wir haben es in Hannover gehabt, in Hannover war, da ging noch was, aber, also das Drumherum war schon ganz nice, aber Hannover hatte, hatte so ein, also das Hotel hatte so ein paar Defizite, das in Budapest war für Deuten besser. Und das Programm, oder dieses Stars Meetings, die wird es in 23 öfter geben. Ich habe die bisher verkettet mit dem Stars Program. Und habe gesagt, die sind einmal im Quartal, wenn die neuen Klassen fürs Programm anfangen. Und da habe ich dann die Frage bekommen, warum eigentlich? Und dann konnte ich nicht antworten. Das heißt, wir werden jetzt die, wir werden die Stars Meetings, in welcher Form müssen wir uns, sind wir gerade am entwickeln. Die Stars Meetings wird es öfter geben. Die Idee dabei ist, dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer so viel Gaudi miteinander haben. Wirklich mal mit Erwachsenen gleich Denkern zusammen. Das ganze Wochenende. Wir wissen, wir sind alle Fügungskraft. Wir wissen, hier ist jetzt nicht irgendwie der Chef vom Nachbarn. Hier sind irgendwie nicht Leute, die mich, ich kann hier frei reden. Ich kann hier frei dumme Fragen fragen. Und es gibt auf jeden Fall interessanten, lustigen Inhalt. Da können Sie sich drauf verlassen. Und das Hotel ist cool und abends gehen wir noch ein Bier trinken. So. Das ganze Programm ist wirklich, wirklich, wirklich das, wo wir die besten Feedbacks bekommen von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Was richtig, richtig cool ist, wo ich jetzt aber dieses Jahr mich aus irgendwelchen Gründen dazu entschieden habe, zu sagen, nee, es ist nur für die Leadership Stars. Und genau den werden wir dieses Jahr aufmachen. Das heißt, es wird das April Stars Programm, nein, das April Stars Meeting in Budapest geben. Da weiß ich noch nicht, ob ich das aufmache. Also einfach aus dem Grund, weil ich immer noch den Dämon im Kopf habe und sage, so ein Standard-Normalo-Führungskraft glaubt, dass Budapest eine Weltreise ist. Hier kommt keiner hin. Da muss ich mal sehen, wenn die Episode live ist. Sie können mir ja gerne mal schreiben, ob sie nach Budapest kommen würden. Unter dem LinkedIn-Post hier oder auf www.leben-führen.de da bin ich noch dabei, in meinen eigenen Glaubenssätzen rumzuschleifen. So, aber danach wird es ein paar Stars Meetings in Deutschland geben, die eben genau diesem Format folgen. Das heißt, wir werden uns irgendwie am Freitagabend treffen. Dann gibt es Samstag das erste Programm, Sonntag das zweite Programm, Sonntagabend ist dann Abreise. So in dem Stil müssen wir mal gucken, wie wir das Ganze machen werden. Richtig cool, interessante Themen. Es wird dabei, also wir werden mindestens einmal das Programm machen, den Chef überzeugen. Also wie kriege ich es hin, dass mein Chef für mich richtig entscheidet. Wir werden auf jeden Fall das Metaprogramm-Programm nochmal machen. Es wird richtig großes, großartiges Zeug geben. Ende des Jahres, 2023 wird es mit Sicherheit nochmal ein Ziele-Workshop geben. So ist der aktuelle Fahrplan. Alles weitere, sobald es entwickelt ist, gibt es im Podcast unter www.leben-führen.de und genau, das sind so die Vorhaben für nächstes Jahr. Jo, ich hab, natürlich kümmere ich mich gerade um den Bereich Ziele fürs nächste Jahr. Die sind soweit alle fertig. Ich hab mich so ein bisschen dabei ertappt, die alle sehr sportlich zu halten. Gucke so drauf und denke so, heu, heu, jetzt hast du was vor. Die Ziele vom letzten Jahr haben wir nicht erreicht. Also, da sind wir an mehreren vorbeigeschrammt, arg vorbeigeschrammt. Das waren so drei große Ziele. Die sind alle drei nicht erreicht worden. Die sind aber trotzdem, wenn ich so drauf gucke, auf die Zahlen nicht erreicht auf dem Niveau oder kann ich gut mit leben und jetzt werden wir sehr was 23 so bringen. Genau. So, die Idee, meine Idee ist es immer wieder und immer wieder und immer wieder und immer wieder und immer wieder, dass sie Spaß am Leben haben, dass sie Spaß am Führen haben, dass die Leute um sie rum, Friends, Fools und Families und ihre Mitarbeiter, Spaß mit ihnen haben, dass sie selber es gar nicht aushalten können, dass es montags wieder losgeht, dass sie, wenn sie am Freitag nach Hause gehen wollen, sie dann nicht mit Selbstmordgedanken nach Hause fahren, wie das so viele haben, sondern mit diesem wohligen Gefühl der Erschöpfung. Wenn wir das schaffen, ist, glaube ich, geil. Im Wesentlichen will ich, dass sie richtig viel Laune in ihrem Leben haben. Im Wesentlichen will ich, dass sie jemand sind, mit dem man sich gerne umgibt, wo ihre, ihre, ihr Tribe drumherum, sowohl die Mitarbeiter als auch Familie, Freunde, alle drumherum, gerne mit ihnen zusammen ist, dass sie jemand sind, der andere Menschen auch inspiriert mit dummen Fragen, mit anderem Verhalten, dass sie eben niemand sind, der genauso wie diese anderen Durchschnitt, nö, 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 alles scheiße, nö, 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 sondern dass sie jemand sind, der auch so einen Leuchtturm in dem eigenen, in dem eigenen Tribe abbildet. Ah, da brauchst du nicht hinzugehen zu meckern, da hört ihr sowieso nicht zu. Dass ihre Mitarbeiter wissen, sie sind, von ihnen, bei ihnen braucht man nicht blöd zu kommen, ne? Also wer ein Projekt nicht abliefert, kriegt auch genau die, die Kelle so vielleicht sogar noch ein bisschen härter, weil es bei ihnen ernster gemeint ist. Aber auf der richtigen Ecke. Bei ihnen gibt es die Kelle mit Vorbereitung, mit Ansage und meistens, meistens, ohne Überraschung, weil es war klar, ich versaue das Ding gerade. Sie sind derjenige, der der gute Trainer ist. Ich frage immer gerne, wer ist ein guter Trainer? Ein guter Trainer ist der, wo sie hinterher in der Dusch kotzen gehen, weil die Arme wehtun, weil die Beine wehtun, weil es richtig anstrengend war. Ja, klar. So wünsche ich mir Sie als Führungskraft. Nicht die ganze Zeit nur Bolzen, bla bla bla, das wissen Sie so gut wie ich. Aber Sie sind derjenige, der zu richtig großartiger Leistung einlädt und richtig großartige Taten erfordert, nein, anfordert, erwartet. Das war das Wort, was ich gesucht habe. Sie sind derjenige, wo man sein will, wenn man gewinnen will. Sie sind derjenige, wo man in der Abteilung sein will, wenn man Großes vorhat. Sie sind diejenige, wo kein Schwachsinn gemacht wird, wo der Bullshit bestenfalls ausgebadet wird, was fremde Menschen zu verantworten haben, aber wo bei Ihnen selber kein Bullshit gemacht wird. Sie sind diejenige, wo man hingeht, weil man weiß, was man vorhat. Weil man weiß, worauf man sich einlässt und wo man weiß, hier wird's anstrengend, aber hey, Raketenschlitten fahren ist halt ein bisschen anstrengend. Wer aufs Sofa will, geht woanders hin. So wünsche ich mir das. Genau. Ich wünsche Ihnen großartige Zeit. Gehen Sie zurück zu Friends & Family. Feiern Sie noch ein bisschen. Lassen Sie es ruhig, 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 ruhig angehen. Ich weiß, dieses Jahr liegen die Feiertage ein bisschen arbeitnehmerunfreundlich. Da haben Sie dann freie Wochen. Von mir aus haben Sie die Woche im Büro oder im Homeoffice. Ein paar Kerzchen dann. Vielleicht ein bisschen später anfangen. Vielleicht ein bisschen früher aufhören. Ich wünsche Ihnen ein bisschen Besinnung, Besinnlichkeit, Ruhe, Vorbereitung fürs nächste Jahr. Und eine großartige Zeit. Bleiben Sie. In Führung. Tschüss, Olaf Kapinski.